herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax und meinem großen konto handelt 60 sekunden bis zwei minuten mein start phrase beträgt hier 2000 euro als nächstes suche ich meinen passenden trade im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien unter berücksichtigung der tagesnews schweizer franken japanisch yen sieht gut aus allerdings bietet hier finmax keine 60 sekunden an britisch pfund totalisch dollar der kurs müsste allerdings noch etwas fallen so Euro Out sieht auch ganz gut aus. Auch hier müsste der Kurs noch etwas fallen. Auch hier müsste der Kurs in der Kurs. Jetzt steige ich ein und gleich nochmal. Und noch ein drittes Mal. Neun Minuten wollte ich eigentlich nicht rein. Und noch ein drittes Mal. 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 Noch fünf Minuten. Da kann noch viel passieren. Und noch ein drittes Mal. 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 mit dem mit meinem kleinen konto bis morgen adios